Ich bin im Bayerischen Wald aufgewachsen, in einem Dorf. Wir waren sieben Kinder. Die Mädchen durften keinen Beruf lernen. Die heiraten ja doch, haben die Eltern gesagt. Naja, so war es dann auch. Aber mein Mann starb früh. Darum musste ich mein Geld selbst verdienen. Das war Ende der 50er Jahre. Ich war damals schon 35 Jahre alt. Ich hatte keine finanzielle Sicherheit. Ich wollte das ändern. Ich wollte schnell Geld verdienen. Ich bin dann für einige Jahre in die USA gegangen. Das war eine Chance für mich. Aber ich konnte kein Wort Englisch. Das war schwer. Ich habe dort in einer Fabrik gearbeitet. Das Leben war hart, aber ich habe gut verdient. Und so viel wie möglich gespart. Nach sieben Jahren bin ich nach Deutschland zurückgegangen. Von dem Geld habe ich mir einen Teil von einem Haus gekauft, als Sicherheit für mein Alter. Nein, für längere Zeit oder für immer im Ausland leben, das möchte ich nicht. Ich bin immer wieder froh, wenn ich zu Hause bin. Durch meinen Beruf bin ich viel unterwegs. Ich arbeite für eine große Bank. Wir arbeiten heute oft in Videokonferenzen zusammen. Aber manchmal ist es einfach besser, wenn man zusammen am Tisch sitzt und die Probleme direkt bespricht. Ich habe ein Büro in Frankfurt und eins in London und muss oft nach New York. Meine Arbeit macht mir Spaß. Aber ein normales Familienleben ist fast nicht möglich. Und doch ist meine Familie sehr wichtig für mich. Durch die Familie weiß ich, wo ich zu Hause bin. Ich bin Krankenschwester und komme aus Halle in Ostdeutschland. Ich mag meinen Beruf. Aber in Halle gibt es viel Arbeitslosigkeit. Über 27 Prozent haben in dieser Region keine Arbeit. Ich denke, wenn ich hier bleibe, wird sich das nie ändern. Wenn ich eine Chance haben will, muss ich weggehen. Entweder nach Süddeutschland oder ins Ausland. Aber im Ausland gibt es immer das Problem mit der Sprache. Deswegen habe ich mich für die Schweiz entschieden. Da gibt es nur 3 Prozent Arbeitslosigkeit. Und in meinem Beruf findet man leicht eine Arbeit und man verdient ganz gut. Außerdem spricht man dort Deutsch. Wenn auch Schweizerdeutsch. Aber das schaffe ich schon. Ich bin vor zwei Jahren gemeinsam mit meinem Mann und unserem dreijährigen Sohn für ein Jahr in die USA gegangen. Wir haben beide Medizin studiert und mein Mann hat in Philadelphia eine Forschungsstelle in einer Klinik bekommen und deshalb habe ich eine Weiterbildung gemacht. Es war klar, dass wir nur eine begrenzte Zeit in den USA bleiben werden. Es war eine interessante Erfahrung. Unser kleiner Sohn hat in der Zeit etwas Englisch gelernt. Das finde ich gut. Dieses Jahr ist er in die Schule gekommen. Er lernt dort schon ab der ersten Klasse Englisch. Nein, in den USA bleiben wollten wir nicht. Für die Karriere ist so ein Auslandsaufenthalt natürlich immer gut. Aber die Schweiz ist ein sehr sicheres Land. Und hier haben wir unsere Familie und viele Freunde. Mein Großvater kam in den 60er Jahren als Gastarbeiter aus der Türkei. Er heiratete eine deutsche Frau. Das war damals ungewöhnlich und nicht einfach. Meine Mutter ist in Deutschland geboren und aufgewachsen. Als Kind war ich in den Ferien, oft bei ihren Verwandten in der Türkei. Ich möchte aber nicht für immer dort leben. Ich bin hier in Deutschland zu Hause und hier möchte ich auch bleiben. Meine Freundin kommt aus Korea. Sie erzählt viel von ihrer Heimat. Ich würde gern mal für einige Zeit mit ihr zusammen nach Korea gehen und ihre Familie richtig gut kennenlernen. Mich interessiert die Kultur. Die Traditionen sind ganz anders. Für mich ist das alles sehr exotisch. Ich entdecke gern Neues. Wer weiß, vielleicht klappt das ja irgendwann. So eine Hose will ich nicht. Was ist denn mit dieser hier? Die ist doch schön. Nein, die sieht doof aus. Was willst du denn für eine? Such du doch mal. Die hier gefällt mir. Nein, schau mal. Die ist ja schon kaputt. Das muss so sein. Das ist modern. Ich kaufe dir doch keine kaputte Hose und bezahle dafür auch noch viel Geld. Aber ich will eine Jeans. Jeans sind ja in Ordnung. Nimm doch die hier. Die ist auch nicht so teuer. Wenn ich die in der Schule anhabe, dann lachen alle. Wieso denn das? Die ist doch schön. Das ist keine Markenjeans. Das ist doch egal. Ist es nicht. Die ist gut. Die probiere ich jetzt an. Das ist eine Peppe-Jeans. Und das ist gut? Ich denke, Levi's Jeans sind gut. Nein, Peppe ist toll. Also gut, probiere sie mal an. Und wenn sie passt, dann nehmen wir sie. Aber mit dir gehe ich nicht so schnell wieder einkaufen. Kann ich Ihnen helfen? Ja, gern. Ich suche etwas Schickes und Klassisches für die Arbeit. Größe 38? Wenn es groß ausfällt, ja. Sonst eher 40. Da habe ich ein paar schöne Sachen. Hier, dieser beige Hosenanzug. Ganz klassisch. Aus Leinen. Wunderbar für heiße Arbeitstage. Ja. Aber Leinen sieht nie ordentlich aus. Man sieht immer Falten. Ja. Aber das gehört zum Stoff. Und man sieht, dass das eine gute Qualität ist. Oder wie gefällt Ihnen dieses armellose weiße Kleid? Pflegeleicht, schnell gewaschen, schnell trocken. Es sieht aus wie Seide, ist aber aus einer ganz neuen Kunstfaser. Damit sind sie immer gut angezogen. Und auf Reisen gibt es kein Problem. Ja, aber geblümt? Ob das etwas für die Arbeit ist? Graue Blumen auf weißem Stoff? Das ist doch schön. Kombiniert mit einer einfarbigen Jacke in der gleichen Farbe? Zum Beispiel in weiß? Ja, das sieht schön aus. Ich habe das Kleid auch noch einfarbig hier. Das andere ist schon schöner. Oder wie wäre es mit diesem grauen Kostüm von Winzer? Ein ganz fantastischer Stoff. Sommerwolle. Ein ganz dünner Wollstoff, der wunderbar fällt. Wolle im Sommer? Ist das nicht zu warm? Nein, dieser Stoff nicht. Fühlen Sie mal. Ist das nicht fantastisch? Ja, das ist schon schön. Aber ich denke, ich probiere mal das Kleid und die Jacke. Frau Siebeck, was wollen Sie denn heute anziehen? Das ist egal. Dieser Pullover ist doch schön. Und dazu die schwarze Hose? Nein, nicht schwarzes. Da sehe ich ja aus, als ob ich schon tot bin. Schwarz ist doch schick. Und das tragen auch viele junge Leute. Nein, ich will nur helle Farben. Alle braunen und schwarzen Sachen können Sie mitnehmen. Die brauche ich nicht mehr. Und dunkelblau mag ich auch nicht. Hier, die karierte Hose. Die ist hell und freundlich. Die ist doch viel zu jugendlich. Das ist etwas für Sie, aber doch nicht für mein Alter. Und die weiße Hose und der hellblaue Pullover? Wollen Sie das anziehen? Ja, das geht. Guten Tag, Sie wünschen? Ich möchte die Jacke hier zurückgeben. Gefällt sie Ihnen nicht? Doch, aber sie ist schon kaputt. Und hier fehlt ein Knopf. Ja, das ist nicht in Ordnung. Aber ich kann mal nachsehen. Vielleicht haben wir die noch einmal. Ich möchte aber lieber das Geld zurück. Dann gefällt sie Ihnen doch nicht. Doch, doch, sie gefällt mir. Aber ich denke, die Qualität ist nicht so gut. Na ja, die Jacke ist sehr günstig. Da können Sie keine Top-Qualität erwarten. Das haben Sie ja beim Kauf gewusst. Nein, ich habe das nicht gleich gesehen. Warten Sie, ich sehe mal nach, ob wir das gleiche Modell noch einmal haben. Aber... Sie haben Glück. Ich habe das gleiche Modell in Ihrer Größe. Probieren Sie es doch mal an. Aber ich sagte doch, dass ich dieses Modell zurückgeben möchte. Ich möchte gern mein Geld zurück. Tut mir leid. Da bekomme ich Ärger mit meinem Chef. Aber ich kann Ihnen ausnahmsweise einen Gutschein anbieten. Nein, damit bin ich nicht einverstanden. Ich möchte die Jacke zurückgeben, denn sie hat einen Fehler. Ich möchte Ihren Chef sprechen. Der ist nicht da. Also gut. Aber ich bekomme sicher Ärger mit meinem Chef. Guten Tag. Kann ich Ihnen helfen? Ja. Mein Mann braucht einen neuen Anzug. An was haben Sie gedacht? Eher etwas Klassisches oder etwas Sportliches? Nichts Sportliches. Aber auch nicht zu klassisch. Er braucht den Anzug für die Arbeit. Nicht wahr, Schatz? Ja, für die Arbeit. Dann vielleicht einen dunklen Anzug. Das passt immer. Ja, schwarz. Nein, schwarz ist zu streng. Lieber dunkelblau oder vielleicht dunkelgrau. Gerne. Wie gefällt Ihnen denn dieses Modell? Ja, ich weiß nicht. Was meinst du denn, Schatz? Nein, lieber einen grauen. Wie wäre es denn mit diesem Modell? Ja, der ist schön. Den probiere ich mal an. Meine Damen und Herren, Ich freue mich, Sie hier in der Firma Römmel AG zu begrüßen. Leider ist Herr Schröder im Moment noch verhindert. Er lässt sich entschuldigen. Aber er wird Sie nach dem Mittagessen begrüßen und Ihnen für Ihre Fragen zur Verfügung stehen. Mein Name ist Anja Lindh. Ich bin Firmensprecherin und für Werbung und Pressearbeit verantwortlich. Ich möchte Ihnen zuerst etwas über die Geschichte unserer Firma erzählen. Dann gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unsere Produkte und unsere Geschäftspartner. Sie können natürlich gern Fragen stellen. Danach haben Sie Gelegenheit, die verschiedenen Abteilungen und Produktionsschritte kennenzulernen. Ich komme zum ersten Punkt. Unsere Firma gibt es schon seit Ende der 70er Jahre. Thorsten Schröder und Jens Millack lernten sich im Studium kennen. Beide verbanden eine große Liebe zur Literatur und politisches Engagement. Sie engagierten sich gegen Atomkraft und für den Umweltschutz. Um für ihre Ideen zu kämpfen, machten sie Postkarten mit Fotos und politischen Texten und ließen sie in einer kleinen Druckerei drucken. Diese Karten hatten großen Erfolg und so entstand bald die Idee, Postkarten mit ansprechenden Fotos und kurzen literarischen Texten zu gestalten. Die Karten wurden zunächst nur regional verkauft, an den Büchertischen der Universität. Das Ziel war am Anfang, das Studium zu finanzieren. Das Interesse an den Postkarten war groß. Es wurde oft nach neuen Motiven gefragt. So entstand die Geschäftsidee. Die Firma wurde gegründet und entwickelte sich zu einem Marktführer in diesem Bereich. Nun einige Worte über unsere Produkte und ihre Verbreitung. Neben den Postkarten zu Themen wie Liebe, Freundschaft, Glück, machen wir Grußkarten, Kalender und Lesezeichen. Unsere Produkte werden nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich und der Schweiz verkauft. Seit 2001 haben wir begonnen, die Texte zu übersetzen und die Karten auch im Ausland zu verkaufen. Unser Testmarkt war der französischsprachige Teil der Schweiz. Heute sind wir in vielen europäischen Ländern vertreten, vor allem im französischsprachigen Raum und in England. Seit einem Jahr kann man unsere Produkte auch in Kanada und in den USA kaufen. Seit diesem Jahr sind wir außerdem in Schweden, Norwegen und Dänemark vertreten. Wenn Sie Fragen haben, ich bin... Hallo Oma! Schade, dass du nicht da bist. Ich wollte dir was ganz Tolles erzählen. Ich bin mit der Schule in Berlin. Heute haben wir uns angesehen, wo die Politiker arbeiten. Wir waren da, wo die Politiker sich immer streiten. Im Reichstag, im Parlament. Das ist so ein großer, runder Saal. Aber der war ganz leer. Die Politiker waren heute nicht da. Wir sind auf dem Dach gewesen. Und die anderen Gebäude für die Regierung und die Parteien haben wir auch angesehen. In eins durften wir rein. Ich weiß nicht mehr genau, in welches. Und da haben wir ein paar Politiker gesehen, die immer im Fernsehen sind. Aber die hatten keine Zeit. Jetzt weiß ich, was ich werden will. Politikerin! Hallo Sarah, hier ist Tom. Schade, dass du nicht da bist. Ich wollte dir nur sagen, dass ich bis halb acht arbeiten muss. Ich kann beim besten Willen nicht früher weg. Ich schaffe es also nicht, dich abzuholen. Tut mir wirklich leid. Können wir uns direkt vor dem Kino treffen? So um zehn nach acht? Könntest du die Ticket schon kaufen? Sei mir bitte nicht böse. Ich hab dich lieb. Radio Berlin, hier die Kulturtipps fürs Wochenende. Für Theater- und Musicalfreunde im Admiralspalast am Bahnhof Friedrichstraße heute zum letzten Mal Brechts Drei-Goschen-Oper mit Campino von den Toten Hosen als Mackie Messer. Das sollte man sich nicht entgehen lassen. Also, die Drei-Goschen-Oper. Seit Wochen läuft in den Kinos der Film Das Leben der Anderen mit Ulrich Mühe in der Hauptrolle. Der Film spielt im Jahr 1984 in der DDR und erzählt die Geschichte des Stasi-Hauptmanns Gerd Wiesler. Nach der Komödie Goodbye Lenin eine sehr ernsthafte Auseinandersetzung mit den unterschiedlichen Aspekten des Lebens in der ehemaligen DDR. Also, unbedingt ansehen. Das Leben der Anderen. Und für die Museumsfreunde unter euch zum 150. Geburtstag der Psychoanalyse im Jüdischen Museum in Berlin, geöffnet jeweils von 9 bis 14 Uhr. Entschuldigung, wie komme ich mit der S-Bahn oder der U-Bahn zum Reichstag? Mit der U-Bahn müssen Sie zu weit laufen. Nehmen Sie lieber die S-Bahn. Fahren Sie bis unter den Linden und gehen Sie dann in Richtung Brandenburger Tor. Nach dem Brandenburger Tor gehen Sie nach rechts, dann kommen Sie zum Reichstag. Ist das weit? Nein, etwa 10 Minuten zu Fuß. Aber Sie können auch den Bus nehmen. Der fährt direkt bis zum Reichstag. Aber er ist nicht so schnell wie die S-Bahn. Welchen Bus muss ich dann nehmen? Die Linie 1. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Ja, liebe Hörer. Alle wollen nach Berlin. Das zeigen die neuesten Statistiken. Über 16.000 Ausländer sind im letzten Jahr nach Berlin gezogen. Damit liegt Berlin auf Platz 1 in Deutschland. An zweiter Stelle liegt das Bundesland Bayern. Klar, München mit seinen Biergärten und dem Oktoberfest war schon immer beliebt bei Touristen. Und auf Platz 3, wer hätte das gedacht? Da liegt nicht etwa Leipzig, Hamburg oder Frankfurt, sondern das Bundesland Niedersachsen. Christine, du lebst mit drei Kulturen. Du bist Deutsche. Dein Mann kommt ursprünglich aus Kamerun. Ihr habt zwei Kinder und lebt heute in der Schweiz. Wie geht das? Mit der deutschen und der afrikanischen Kultur geht es sehr gut. Da haben wir ja inzwischen viel Erfahrung. Was die kulturellen Unterschiede zur Schweiz angeht, da lernen wir beide noch. Was macht denn Probleme? Es gibt sehr viele kleine Unterschiede, die man als Deutsche oft gar nicht oder zu spät bemerkt. Man kann als Deutsche im Umgang mit den Schweizern sehr viel falsch machen. Kannst du ein Beispiel geben? Der größte Unterschied ist die Sprache. Alle sprechen Deutsch, aber in der Schweiz spricht man Dialekt und mag das Hochdeutsch oder, wie die Schweizer sagen, das Schriftdeutsch nicht so gern. Da ist es manchmal schwer, ins Gespräch zu kommen. Die Schweizer sind auch viel vorsichtiger und höflicher als die Deutschen. Man benutzt öfter den Konjunktiv. Könnte ich... Hätten Sie noch einen Wunsch? In Deutschland ist man viel direkter. Die Schweizer denken dann, die Deutschen sind unhöflich. Aber das ist gar nicht so. In Deutschland ist manches einfach nur anders. Findest du die Umgangsformen in der Schweiz angenehmer? Am Anfang war ich beeindruckt von der Freundlichkeit der Schweizer. Ich würde mir davon in Deutschland auch mehr wünschen. Aber jetzt denke ich manchmal, dass es diese Freundlichkeit auch schwer macht, Kontakt zu finden. Ich weiß nie, was ich sagen darf und was nicht. Und wie kommen die Kinder mit den Unterschieden zurecht? Das geht sehr gut. Kinder lernen schnell und sind wohl auch offener. Unsere Kinder haben inzwischen Schweizerdeutsch gelernt. Ein Vorteil hier ist, dass es sehr viele Menschen aus anderen Kulturen gibt. Das ist viel normaler als in Deutschland. In Kassel war es fast etwas exotisch, eine andere Hautfarbe zu haben. Unsere Kinder wurden oft von anderen Kindern gehänselt. Hier ist das anders. Dein Mann ist inzwischen Deutscher, aber sicherlich mit dem Herzen noch Afrikaner. Worin unterscheidet ihr euch? Ein Unterschied, der uns immer wieder beschäftigt, ist, dass wir unterschiedliche Vorstellungen von der Kindererziehung haben. Mein Mann ist viel strenger als ich. Der Respekt vor den Eltern ist ihm sehr wichtig. Gibt es etwas, was dir in der Schweiz fehlt? Ja, meine Freunde und auch meine Familie. Aber wir fahren oft zu den Großeltern nach Deutschland. Das ist ja nicht weit. Und mein Mann vermisst seine Familie auch sehr. Und die Kinder? Am Anfang haben sie ihre Freunde vermisst, aber jetzt haben sie neue Freunde gefunden. Manchmal gibt es Situationen, wo es schon schwer ist. Der Kleine ist zum Beispiel vor ein paar Wochen in die Schule gekommen und hatte sich sehr darauf gefreut. Er war ganz stolz. Seine große Schwester hatte ihm erzählt, wie das bei ihr in Deutschland war, mit Schultüte und so. In Deutschland ist das ja ein richtiges Fest. Aber in der Schweiz wird es nicht gefeiert. Die Eltern begleiten die Kinder zwar am ersten Schultag, aber das ist schon alles. Es gibt keine Schultüten und keine Geschenke. Unser Sohn war ein bisschen traurig. Aber wir haben ihm natürlich auch eine Schultüte geschenkt. Ich denke, das ist wichtig. Wir feiern einfach alle Feste. Die Deutschen, die Afrikanischen und die Schweizer Feste. Dann gibt es viel zu feiern. Herzlichen Dank für das Gespräch. Karin, wir müssen noch über die Ausstellung sprechen. Am Freitag, dem 13. ist die Eröffnung. Lasst uns mal überlegen, was wir noch alles erledigen müssen. Wissen wir eigentlich, wie viele Bilder Frau Dina ausstellen will? Etwa 20. Aber ganz sicher ist das noch nicht. Rufst du Frau Dina an und fragst? Dann können wir besser planen. Ja, mache ich. Zwei Tage vorher müssen die Bilder hier sein. Manfred, kannst du die Bilder abholen? Gern. Wann soll das sein? Am 11. gleich morgens um 9. Karin, frag bitte Frau Dina, ob der Termin okay ist. Ja, ich frag sie. Falls nicht, informiere ich dich, Manfred. Bist du am Nachmittag eventuell frei? Ja, das kann ich einrichten. Wer entscheidet, welches Bild wo aufgehängt wird? Das können wir einen Tag vor der Ausstellung mit Frau Dina besprechen. Karin, fragst du Frau Dina bitte, wann sie am Donnerstag, dem 12. bei uns vorbeikommen kann? So gegen 10 Uhr oder am Nachmittag ab 2 Uhr? Manfred, kannst du am Nachmittag so gegen halb vier anfangen, die Bilder aufzuhängen? Wird erledigt. Brauchst du Hilfe? Ja, unbedingt. Vielleicht kann Herr Kurz helfen. Fragst du ihn, ob er kann? Ja, das habe ich notiert. Die Einladungen sind letzte Woche verschickt worden. Ihr habt die Karte gesehen. Sie ist wirklich schön geworden. Frau Höller hat einen Text für die Presse geschrieben. Ich schicke ihn nach der Sitzung gleich an die örtliche Tageszeitung. Was ist mit den Getränken und dem kleinen Imbiss? Ich glaube, das ist was für Manfred. Informierst du unseren Koch, dass er etwas zu essen vorbereitet? Mit wie vielen Personen rechnet ihr? Mit etwa 20 bis 30 Personen. Ja, ich informiere Herrn Schaller. Also Essen und Getränke für etwa 30 Personen. Ja, ich denke, das reicht. Oder was meinst du, Karin? Ja, das reicht. Wer hilft beim Bedienen? Dann nehmen wir am besten wieder zwei Studenten. Manfred, rufst du beim Studentenjobcenter an? Wird erledigt. Haben wir jetzt wirklich an alles gedacht? Oder fällt euch noch etwas ein? Ich glaube, wir haben alles. Ja, ich denke auch. Gut, dann hoffe ich, dass es ein Erfolg wird. Herzlichen Dank für eure Hilfe. Ich bin im Bayerischen Wald aufgewachsen, in einem Dorf. Wir waren sieben Kinder. Die Mädchen durften keinen Beruf lernen. Die heiraten ja doch, haben die Eltern gesagt. Naja, so war es dann auch. Aber mein Mann starb früh. Darum musste ich mein Geld selbst verdienen. Das war Ende der 50er Jahre. Ich war damals schon 35 Jahre alt. Ich hatte keine finanzielle Sicherheit. Ich wollte das ändern. Ich wollte schnell Geld verdienen. Ich bin dann für einige Jahre in die USA gegangen. Das war eine Chance für mich. Aber ich konnte kein Wort Englisch. Das war schwer. Ich habe dort in einer Fabrik gearbeitet. Das Leben war hart, aber ich habe gut verdient und so viel wie möglich gespart. Nach sieben Jahren bin ich nach Deutschland zurückgegangen. Von dem Geld habe ich mir einen Teil von einem Haus gekauft, als Sicherheit für mein Alter. Nein, für längere Zeit oder für immer im Ausland leben, das möchte ich nicht. Ich bin immer wieder froh, wenn ich zu Hause bin. Durch meinen Beruf bin ich viel unterwegs. Ich arbeite für eine große Bank. Wir arbeiten heute oft in Videokonferenzen zusammen. Aber manchmal ist es einfach besser, wenn man zusammen am Tisch sitzt und die Probleme direkt bespricht. Ich habe ein Büro in Frankfurt und eins in London und muss oft nach New York. Meine Arbeit macht mir Spaß. Aber ein normales Familienleben ist fast nicht möglich. Und doch ist meine Familie sehr wichtig für mich. Durch die Familie weiß ich, wo ich zu Hause bin. Ich bin Krankenschwester und komme aus Halle in Ostdeutschland. Ich mag meinen Beruf. Aber in Halle gibt es viel Arbeitslosigkeit. Über 27 Prozent haben in dieser Region keine Arbeit. Ich denke, wenn ich hier bleibe, wird sich das nie ändern. Wenn ich eine Chance haben will, muss ich weggehen. Entweder nach Süddeutschland oder ins Ausland. Aber im Ausland gibt es immer das Problem mit der Sprache. Deswegen habe ich mich für die Schweiz entschieden. Da gibt es nur 3 Prozent Arbeitslosigkeit und in meinem Beruf findet man leicht eine Arbeit und man verdient ganz gut. Außerdem spricht man dort Deutsch, wenn auch Schweizerdeutsch. Aber das schaffe ich schon. Ich bin vor zwei Jahren gemeinsam mit meinem Mann und unserem dreijährigen Sohn für ein Jahr in die USA gegangen. Wir haben beide Medizin studiert und mein Mann hat in Philadelphia eine Forschungsstelle in einer Klinik bekommen. Und deshalb habe ich eine Weiterbildung gemacht. Es war klar, dass wir nur eine begrenzte Zeit in den USA bleiben werden. Es war eine interessante Erfahrung. Unser kleiner Sohn hat in der Zeit etwas Englisch gelernt. Das finde ich gut. Dieses Jahr ist er in die Schule gekommen. Er lernt dort schon ab der ersten Klasse Englisch. Nein, in den USA bleiben wollten wir nicht. Für die Karriere ist so ein Auslandsaufenthalt natürlich immer gut. Aber die Schweiz ist ein sehr sicheres Land. Und hier haben wir unsere Familie und viele Freunde. Mein Großvater kam in den 60er Jahren als Gastarbeiter aus der Türkei. Er heiratete eine deutsche Frau. Das war damals ungewöhnlich und nicht einfach. Meine Mutter ist in Deutschland geboren und aufgewachsen. Als Kind war ich in den Ferien oft bei ihren Verwandten in der Türkei. Ich möchte aber nicht für immer dort leben. Ich bin hier in Deutschland zu Hause und hier möchte ich auch bleiben. Meine Freundin kommt aus Korea. Sie erzählt viel von ihrer Heimat. Ich würde gern mal für einige Zeit mit ihr zusammen nach Korea gehen und ihre Familie richtig gut kennenlernen. Mich interessiert die Kultur. Die Traditionen sind ganz anders. Für mich ist das alles sehr exotisch. Ich entdecke gern Neues. Wer weiß, vielleicht klappt das ja irgendwann. So eine Hose will ich nicht. Was ist denn mit dieser hier? Die ist doch schön. Nein, die sieht doof aus. Was willst du denn für eine? Such du doch mal. Die hier gefällt mir. Nein, schau mal. Die ist ja schon kaputt. Das muss so sein. Das ist modern. Ich kaufe dir doch keine kaputte Hose und bezahle dafür auch noch viel Geld. Aber ich will eine Jeans. Jeans sind ja in Ordnung. Nimm doch die hier. Die ist auch nicht so teuer. Wenn ich die in der Schule anhabe, dann lachen alle. Wieso denn das? Die ist doch schön. Das ist keine Magenjeans. Das ist doch egal. Ist es nicht. Die ist gut. Die probiere ich jetzt an. Das ist eine Peppe-Jeans. Und das ist gut? Ich denke, Levi's Jeans sind gut. Nein, Peppe ist toll. Also gut, probiere sie mal an. Und wenn sie passt, dann nehmen wir sie. Aber mit dir gehe ich nicht so schnell wieder einkaufen. Kann ich Ihnen helfen? Ja, gern. Ich suche etwas Schickes und Klassisches für die Arbeit. Größe 38? Wenn es groß ausfällt, ja. Sonst eher 40. Da habe ich ein paar schöne Sachen. Hier, dieser beige Hosenanzug. Ganz klassisch. Aus Leinen. Wunderbar für heiße Arbeitstage. Ja. Aber Leinen sieht nie ordentlich aus. Man sieht immer Falten. Ja. Aber das gehört zum Stoff. Und man sieht, dass das eine gute Qualität ist. Oder wie gefällt Ihnen dieses ärmellose, weiße Kleid? Pflegeleicht, schnell gewaschen, schnell trocken. Es sieht aus wie Seide, ist aber aus einer ganz neuen Kunstfaser. Damit sind sie immer gut angezogen. Und auf Reisen gibt es kein Problem. Ja, aber geblümt? Ob das etwas für die Arbeit ist? Graue Blumen auf weißem Stoff? Das ist doch schön. Kombiniert mit einer einfarbigen Jacke in der gleichen Farbe, zum Beispiel in Weiß? Ja, das sieht schön aus. Ich habe das Kleid auch noch einfarbig hier. Das andere ist schon schöner. Oder wie wäre es mit diesem grauen Kostüm von Winzer? Ein ganz fantastischer Stoff. Sommerwolle. Ein ganz dünner Wollstoff, der wunderbar fällt. Wolle im Sommer? Ist das nicht zu warm? Nein, dieser Stoff nicht. Fühlen Sie mal. Ist das nicht fantastisch? Ja, das ist schon schön. Aber ich denke, ich probiere mal das Kleid und die Jacke. Frau Siebeck, was wollen Sie denn heute anziehen? Das ist egal. Dieser Pullover ist doch schön. Und dazu die schwarze Hose? Nein, nicht schwarzes. Da sehe ich ja aus, als ob ich schon tot bin. Schwarz ist doch schick. Und das tragen auch viele junge Leute. Nein, ich will nur helle Farben. Alle braunen und schwarzen Sachen können Sie mitnehmen. Die brauche ich nicht mehr. Und dunkelblau mag ich auch nicht. Hier, die karierte Hose. Die ist hell und freundlich. Die ist doch viel zu jugendlich. Das ist etwas für Sie, aber doch nicht für mein Alter. Und die weiße Hose und der hellblaue Pullover? Wollen Sie das anziehen? Ja, das geht. Guten Tag, Sie wünschen? Ich möchte die Jacke hier zurückgeben. Gefällt sie Ihnen nicht? Doch, aber sie ist schon kaputt. Und hier fehlt ein Knopf. Ja, das ist nicht in Ordnung. Aber ich kann mal nachsehen, vielleicht haben wir die noch einmal. Ich möchte aber lieber das Geld zurück. Dann gefällt sie Ihnen doch nicht. Doch, doch, sie gefällt mir, aber ich denke, die Qualität ist nicht so gut. Na ja, die Jacke ist sehr günstig. Da können Sie keine Top-Qualität erwarten. Das haben Sie ja beim Kauf gewusst. Nein, ich habe das nicht gleich gesehen. Warten Sie. Ich sehe mal nach, ob wir das gleiche Modell noch einmal haben. Aber ... Sie haben Glück. Ich habe das gleiche Modell in Ihrer Größe. Probieren Sie es doch mal an. Aber ich sagte doch, dass ich dieses Modell zurückgeben möchte. Ich möchte gern mein Geld zurück. Tut mir leid. Da bekomme ich Ärger mit meinem Chef. Aber ich kann Ihnen ausnahmsweise einen Gutschein anbieten. Nein, damit bin ich nicht einverstanden. Ich möchte die Jacke zurückgeben, denn sie hat einen Fehler. Ich möchte Ihren Chef sprechen. Der ist nicht da. Also gut. Aber ich bekomme sicher Ärger mit meinem Chef. Guten Tag. Kann ich Ihnen helfen? Ja. Mein Mann braucht einen neuen Anzug. An was haben Sie gedacht? Eher etwas Klassisches oder etwas Sportliches? Nichts Sportliches. Aber auch nicht zu klassisch. Er braucht den Anzug für die Arbeit. Nicht wahr, Schatz? Ja, für die Arbeit. Dann vielleicht einen dunklen Anzug. Das passt immer. Ja, schwarz. Nein, schwarz ist zu streng. Lieber dunkelblau oder vielleicht dunkelgrau. Gerne. Wie gefällt Ihnen denn dieses Modell? Ja, ich weiß nicht. Was meinst du denn, Schatz? Nein, lieber einen grauen. Wie wäre es denn mit diesem Modell? Ja, der ist schön. Den probiere ich mal an. Meine Damen und Herren, ich freue mich, Sie hier in der Firma Römmel AG zu begrüßen. Leider ist Herr Schröder im Moment noch verhindert. Er lässt sich entschuldigen. Aber er wird Sie nach dem Mittagessen begrüßen und Ihnen für Ihre Fragen zur Verfügung stehen. Mein Name ist Anja Lindh. Ich bin Firmensprecherin und für Werbung und Pressearbeit verantwortlich. Ich möchte Ihnen zuerst etwas über die Geschichte unserer Firma erzählen. Dann gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unsere Produkte und unsere Geschäftspartner. Sie können natürlich gern Fragen stellen. Danach haben Sie Gelegenheit, die verschiedenen Abteilungen und Produktionsschritte kennenzulernen. Ich komme zum ersten Punkt. Unsere Firma gibt es schon seit Ende der 70er Jahre. Thorsten Schröder und Jens Millack lernten sich im Studium kennen. Beide verbanden eine große Liebe zur Literatur und politisches Engagement. Sie engagierten sich gegen Atomkraft und für den Umweltschutz. Um für ihre Ideen zu kämpfen, machten sie Postkarten mit Fotos und politischen Texten und ließen sie in einer kleinen Druckerei drucken. Diese Karten hatten großen Erfolg und so entstand bald die Idee, Postkarten mit ansprechenden Fotos und kurzen literarischen Texten zu gestalten. Die Karten wurden zunächst nur regional verkauft, an den Büchertischen der Universität. Das Ziel war am Anfang, das Studium zu finanzieren. Das Interesse an den Postkarten war groß. Es wurde oft nach neuen Motiven gefragt. So entstand die Geschäftsidee. Die Firma wurde gegründet und entwickelte sich zu einem Marktführer in diesem Bereich. Nun einige Worte über unsere Produkte und ihre Verbreitung. Neben den Postkarten zu Themen wie Liebe, Freundschaft, Glück, machen wir Grußkarten, Kalender und Lesezeichen. Unsere Produkte werden nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich und der Schweiz verkauft. Seit 2001 haben wir begonnen, die Texte zu übersetzen und die Karten auch im Ausland zu verkaufen. Unser Testmarkt war der französischsprachige Teil der Schweiz. Heute sind wir in vielen europäischen Ländern vertreten, vor allem im französischsprachigen Raum und in England. Seit einem Jahr kann man unsere Produkte auch in Kanada und in den USA kaufen. Seit diesem Jahr sind wir außerdem in Schweden, Norwegen und Dänemark vertreten. Wenn Sie Fragen haben... Hallo Oma! Schade, dass du nicht da bist. Ich wollte dir was ganz Tolles erzählen. Ich bin mit der Schule in Berlin. Heute haben wir uns angesehen, wo die Politiker arbeiten. Wir waren da, wo die Politiker sich immer streiten. Im Reichstag, im Parlament. Das ist so ein großer, runder Saal, aber der war ganz leer. Ja, die Politiker waren heute nicht da. Wir sind auf dem Dach gewesen. Und die anderen Gebäude für die Regierung und die Parteien haben wir auch angesehen. In eins durften wir rein. Ich weiß nicht mehr genau, in welches. Und da haben wir ein paar Politiker gesehen, die immer im Fernsehen sind. Aber die hatten keine Zeit. Jetzt weiß ich, was ich werden will. Politikerin! Hallo Sarah, hier ist Tom. Schade, dass du nicht da bist. Ich wollte dir nur sagen, dass ich bis halb acht arbeiten muss. Ich kann beim besten Willen nicht früher weg. Ich schaffe es also nicht, dich abzuholen. Tut mir wirklich leid. Können wir uns direkt vor dem Kino treffen? So um zehn nach acht? Könntest du die Ticket schon kaufen? Sei mir bitte nicht böse. Ich hab dich lieb. Radio Berlin, hier die Kulturtipps fürs Wochenende. Für Theater- und Musicalfreunde im Admiralspalast am Bahnhof Friedrichstraße heute zum letzten Mal Brechts Drei-Goschen-Oper mit Campino von den Toten Hosen als Mackie Messer. Das sollte man sich nicht entgehen lassen. Also, die Drei-Goschen-Oper. Seit Wochen läuft in den Kinos der Film Das Leben der Anderen mit Ulrich Mühe in der Hauptrolle. Der Film spielt im Jahr 1984 in der DDR und erzählt die Geschichte des Stasi-Hauptmanns Gerd Wiesler. Nach der Komödie Goodbye Lenin eine sehr ernsthafte Auseinandersetzung mit den unterschiedlichen Aspekten des Lebens in der ehemaligen DDR. Also unbedingt ansehen, das Leben der Anderen. Und für die Museumsfreunde unter euch zum 150. Geburtstag der Psychoanalyse im Jüdischen Museum in Berlin, geöffnet jeweils von 9 bis 14 Uhr. Entschuldigung, wie komme ich mit der S-Bahn oder der U-Bahn zum Reichstag? Mit der U-Bahn müssen Sie zu weit laufen. Nehmen Sie lieber die S-Bahn. Fahren Sie bis unter den Linden und gehen Sie dann in Richtung Brandenburger Tor. Nach dem Brandenburger Tor gehen Sie nach rechts, dann kommen Sie zum Reichstag. Ist das weit? Nein, etwa 10 Minuten zu Fuß. Aber Sie können auch den Bus nehmen. Der fährt direkt bis zum Reichstag. Aber er ist nicht so schnell wie die S-Bahn. Welchen Bus muss ich dann nehmen? Die Linie 1. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ja, liebe Hörer, alle wollen nach Berlin. Das zeigen die neuesten Statistiken. Über 16.000 Ausländer sind im letzten Jahr nach Berlin gezogen. Damit liegt Berlin auf Platz 1 in Deutschland. An zweiter Stelle liegt das Bundesland Bayern. Klar, München mit seinen Biergärten und dem Oktoberfest war schon immer beliebt bei Touristen. Und auf Platz 3, wer hätte das gedacht, da liegt nicht etwa Leipzig, Hamburg oder Frankfurt, sondern das Bundesland Niedersachsen. Christine, du lebst mit drei Kulturen. Du bist Deutsche. Dein Mann kommt ursprünglich aus Kamerun. Ihr habt zwei Kinder und lebt heute in der Schweiz. Wie geht das? Mit der deutschen und der afrikanischen Kultur geht es sehr gut. Da haben wir ja inzwischen viel Erfahrung. Was die kulturellen Unterschiede zur Schweiz angeht, da lernen wir beide noch. Was macht denn Probleme? Es gibt sehr viele kleine Unterschiede, die man als Deutsche oft gar nicht oder zu spät bemerkt. Man kann als Deutsche im Umgang mit den Schweizern sehr viel falsch machen. Kannst du ein Beispiel geben? Der größte Unterschied ist die Sprache. Alle sprechen Deutsch, aber in der Schweiz spricht man Dialekt und mag das Hochdeutsch oder, wie die Schweizer sagen, das Schriftdeutsch nicht so gern. Da ist es manchmal schwer, ins Gespräch zu kommen. Die Schweizer sind auch viel vorsichtiger und höflicher als die Deutschen. Man benutzt öfter den Konjunktiv. Könnte ich... Hätten Sie noch einen Wunsch? In Deutschland ist man viel direkter. Die Schweizer denken dann, die Deutschen sind unhöflich. Aber das ist gar nicht so. In Deutschland ist manches einfach nur anders. Findest du die Umgangsformen in der Schweiz angenehmer? Am Anfang war ich beeindruckt von der Freundlichkeit der Schweizer. Ich würde mir davon in Deutschland auch mehr wünschen. Aber jetzt denke ich manchmal, dass es diese Freundlichkeit auch schwer macht, Kontakt zu finden. Ich weiß nie, was ich sagen darf und was nicht. Und wie kommen die Kinder mit den Unterschieden zurecht? Das geht sehr gut. Kinder lernen schnell und sind wohl auch offener. Unsere Kinder haben inzwischen Schweizerdeutsch gelernt. Ein Vorteil hier ist, dass es sehr viele Menschen aus anderen Kulturen gibt. Das ist viel normaler als in Deutschland. In Kassel war es fast etwas exotisch, eine andere Hautfarbe zu haben. Unsere Kinder wurden oft von anderen Kindern gehänselt. Hier ist das anders. Dein Mann ist inzwischen Deutscher, aber sicherlich mit dem Herzen noch Afrikaner. Worin unterscheidet ihr euch? Ein Unterschied, der uns immer wieder beschäftigt, ist, dass wir unterschiedliche Vorstellungen von der Kindererziehung haben. Mein Mann ist viel strenger als ich. Der Respekt vor den Eltern ist ihm sehr wichtig. Gibt es etwas, was dir in der Schweiz fehlt? Ja, meine Freunde und auch meine Familie. Aber wir fahren oft zu den Großeltern nach Deutschland. Das ist ja nicht weit. Und mein Mann vermisst seine Familie auch sehr. Und die Kinder? Am Anfang haben sie ihre Freunde vermisst, aber jetzt haben sie neue Freunde gefunden. Manchmal gibt es Situationen, wo es schon schwer ist. Der Kleine ist zum Beispiel vor ein paar Wochen in die Schule gekommen und hatte sich sehr darauf gefreut. Er war ganz stolz. Seine große Schwester hatte ihm erzählt, wie das bei ihr in Deutschland war, mit Schultüte und so. In Deutschland ist das ja ein richtiges Fest, aber in der Schweiz wird es nicht gefeiert. Die Eltern begleiten die Kinder zwar am ersten Schultag, aber das ist schon alles. Es gibt keine Schultüten und keine Geschenke. Unser Sohn war ein bisschen traurig, aber wir haben ihm natürlich auch eine Schultüte geschenkt. Ich denke, das ist wichtig. Wir feiern einfach alle Feste. Die Deutschen, die Afrikanischen und die Schweizer Feste. Dann gibt es viel zu feiern. Herzlichen Dank für das Gespräch. Karin, wir müssen noch über die Ausstellung sprechen. Am Freitag, dem 13. ist die Eröffnung. Lasst uns mal überlegen, was wir noch alles erledigen müssen. Wissen wir eigentlich, wie viele Bilder Frau Dina ausstellen will? Etwa 20, aber ganz sicher ist das noch nicht. Manfred, rufst du Frau Dina an und fragst. Dann können wir besser planen. Ja, mach ich. Zwei Tage vorher müssen die Bilder hier sein. Manfred, kannst du die Bilder abholen? Gern. Wann soll das sein? Am 11. gleich morgens um neun. Karin, frag bitte Frau Dina, ob der Termin okay ist. Ja, ich frag sie. Falls nicht, informiere ich dich, Manfred. Bist du am Nachmittag eventuell frei? Ja, das kann ich einrichten. Wer entscheidet, welches Bild wo aufgehängt wird? Das können wir einen Tag vor der Ausstellung mit Frau Dina besprechen. Karin, fragst du Frau Dina bitte, wann sie am Donnerstag, dem 12. bei uns vorbeikommen kann. So gegen 10 Uhr oder am Nachmittag ab 2 Uhr. Manfred, kannst du am Nachmittag so gegen halb vier anfangen, die Bilder aufzuhängen? Wird erledigt. Brauchst du Hilfe? Ja, unbedingt. Vielleicht kann Herr Kurz helfen. Fragst du ihn, ob er kann? Ja, das habe ich notiert. Die Einladungen sind letzte Woche verschickt worden. Ihr habt die Karte gesehen. Sie ist wirklich schön geworden. Frau Höller hat einen Text für die Presse geschrieben. Ich schicke ihn nach der Sitzung gleich an die örtliche Tageszeitung. Was ist mit den Getränken und dem kleinen Imbiss? Ich glaube, das ist was für Manfred. Informierst du unseren Koch, dass er etwas zu essen vorbereitet? Mit wie vielen Personen rechnet ihr? Mit etwa 20 bis 30 Personen. Ja, ich informiere Herrn Schaller. Also Essen und Getränke für etwa 30 Personen. Ja, ich denke, das reicht. Oder was meinst du, Karin? Ja, das reicht. Wer hilft beim Bedienen? Dann nehmen wir am besten wieder zwei Studenten. Manfred, rufst du beim Studentenjobcenter an? Wird erledigt. Haben wir jetzt wirklich an alles gedacht? Oder fällt euch noch etwas ein? Ich glaube, wir haben alles. Ja, ich denke auch. Gut, dann hoffe ich, dass es ein Erfolg wird. Herzlichen Dank für eure Hilfe. Ich glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Ja, ich glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Ich glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!